Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Lars Zonogaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, zu gehen zum Nachdruck. Ich brauche auf den Effekt einmal einen Lachs, Dings Bums. Wie man hier sehen kann, sind auch noch alle Sachen auf dem Boden. Also, ich habe halt alles noch so gelassen. Aber, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, wir brauchen einen Lachs, dann brauchen wir Würzen mit Salz. Oder was? Huten die da? Ähm, so Salz. Salz, 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 Salz. Nee, Salz. Perfekt. So, das muss jetzt einmal, wie viel? Äh, 5 Gramm, okay. 3, 4, 5. So. Okay. Dann schwarzer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer, schwarzer Pfeffer. Das müsste schwarzer Pfeffer sein. Auch 5 Gramm, ne? Ja. So, auch 5 Gramm. So. Zur Pfanne hinzufügen. Ja, habe ich ja schon. Rüllpfanne. Warte, gibt es ja auch eine Pfanne. Ah, hier. Pfanne. So. Brauche ich einmal den hier. Der soll nämlich da rein. So, Pfanne. Zur Sonnen, äh, zur Pfanne hinzufügen. 10 Millimeter Sonnenöl. Sonnenöl, ne? Ja, Öl. Das muss ja auch hier im Lager sein. Öl. Ah, hier. Sonnenbliegelöl. Nee, jetzt mal auf, hier rumzuhupen. So, ähm, das. 10 Milliliter. 10 Milliliter. Oh, äh, upsala. Zu viel. Egal. Rein. Auf jeder Seite 60 Sekunden lang Braten auf dem Teller geben. Heiß zergehen. Okay. Das soll jetzt... ...da drauf. So. Auf jeder Seite heiß... Auf jeder Seite, ähm, heiß markieren. Ähm. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Soll ich jetzt machen? Okay, okay, okay. Na, 50 Sekunden. Das dauert auf jeden Fall zu lange. Okay. Ja, das dauert auf jeden Fall zu lange. Nicht wundern, ich esse auch nebenbei noch was, weil ich, ähm, heute noch nichts gegessen hab. Ah, fertig. So. Jetzt soll das auf dem Teller. Dann hol ich mal andern. Ah, okay. Muss ich nicht verstehen. Ist auch egal. Tag 2, okay. Mh. Salah. So. Lachs, Steak und gekochte Kartoffeln. Ähm, nehm, Lachs. Ne Filet. Warte, ist das das richtige? 210. Warum leckt das so? Ja, ist das richtig? Okay. Boah. Das leckt ja unnormal jetzt auf einmal. Warum leckt das denn jetzt so? Äh, upsala. Jetzt hab ich hier. Äh, äh, Dings. Ich hoffe mal, dass es jetzt ein bisschen aufgehört hat, zu lecken. Ähm, wir brauchen jetzt noch Salz. Salz, 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 Salz. Da. Gibt mir das Salz. Salz, okay. Oh, zu viel. Egal. So, schwarzer Pfeffer. Auch 5 Gramm. So. Was jetzt? Zur Pfanne hinzufügen. Jetzt brauche ich die Pfanne. Wo ist die Pfanne? Ist die hier wieder unten? Ne. Hä? Wo ist denn die Pfanne hin? Ach, da hinten ist sie. Äh. Ah. So. So, jetzt kann ich die mich hier drauf packen. Dann einmal Öl holen. So, wie viel Öl soll da rein? 10 Milliliter. Okay. Das jetzt hinbekommen. 7. 9. Und, ja, jetzt sind es ein bisschen 1 Milliliter zu viel. Also, das ist doch jetzt mir doch scheißegal. So. Und jetzt soll das da rein. Und dann soll es... Rutzeln, so. Okay. Und dann... Gekochte Kartoffeln. Zu einem Topf hinzufügen. Ja, hier, der hier. Auch einmal kurz leeren. So. Wasser soll da rein. Aber wo kriege ich denn Wasser her? Ah, von da. Okay. Ich muss den Topf mitnehmen. Also, es tut mir sehr leid, dass es leckt. Aber... Ich kann da auch nichts Großartiges tun. Rechter Griff. Okay. Achso, nee. Da muss ja 1000 rein. 1000 Milliliter. So. Perfekt. 1000 Milliliter, ne? Ja. Salz. 20 Gramm. So, jetzt muss ich hier erstmal gucken. Okay. So. Salz. 20 Gramm. Wo ist denn die Salz? Salz, Salz, Salz. Nee, das ist hier auf der anderen Seite, gell? Okay. Dann mache ich das hier erstmal aus. Ach, hier ist der Salz. Nee, nicht anders. Salz. So. Da muss 20 Gramm Salz rein. So. 20 Gramm Salz. So. Warum geht der Zaun immer weg? So. 20 Gramm Salz und Kartoffeln. 300 Gramm. So. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Ey, dass das Spiel so leckt, ey. Das nervt mich übel. Ich kann da auch wenig tun. Ey, wie viel, wie viele Kartoffeln? 300. 300 Gramm Kartoffeln. 300 Gramm Kartoffeln. Okay. 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 Warte, was? Das sind jetzt 150. Wir haben aber sofort geöffnet. Die ersten Bestellungen sollten jeden Moment eintreffen. Okay. 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 davon, dass ich schon eine Bestellung habe. So. Nein, ich will das nicht. So, jetzt muss ich den Topf nehmen und 120 Sekunden lang kochen. Okay. Stehe ich da hin. Und mach's an. So. Den Fisch. Zack. Und dann auf dem Teller geben, heißt servieren. Okay. Nehmen wir einfach den Teller hier. So. Ja, perfekt. Sind die Kartoffeln jetzt fertig? Ne, die müssen noch. Und dann müsste ich eigentlich das auch abgeben können. Und dann soll ich es heiß servieren. Servieren. Auch in Teller gegen heiß servieren. Ja. Aber soll ich das als einzeln servieren? Tomatensuppe. Äh. Soll ich denn jetzt eine Tomatensuppe machen? Servicephase überspringen. Äh. Jetzt habe ich ja wieder dasselbe. Was ist das denn? Für Moch. Ach, ist mir jetzt egal. Ich nehme jetzt die Kartoffeln. Hier, nimm den Topf und hau ab damit, ey. Ja, so. Hier, nimm es. Das habe ich jetzt. Hä? Schett, ich verstehe den Sinn daran nicht. Auf jeden Fall habe ich es jetzt geschafft. Von daher würde ich sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da. Schaut auch gerne, ähm, äh, schaut auch gerne auf meinem Diskutel. Bye. Morgen, Leute. Euer Sattel. Ciao. Ciao. Ciao.